Musik Ich tanze, weil ich während dem Tanzen Dinge fühle, die ich im Alltag nicht habe. Blind Tracks ist eine Kunstform, die ich kreiert habe. Das ist eine Mischung zwischen zeitgenössischer Kunst und B-Boying. Das heisst, ich brauche das B-Boying als Maltechnik. So werde ich zum Pinsel eigentlich. Man muss sich abheben. Es gibt auch viele Breakers. Wenn alle gleich tanzen, fällt man nicht auf. Musik Ich wollte das ganze Spraken auf eine andere Art präsentieren. Dann kam ich auf die Spuren der Gummisohle, die ich im Trainingsraum immer wieder gesehen habe. Und die so schön perfekt waren. Und dann habe ich gefunden, ich könnte das anhand von Farben fixieren. Auf die Leinwand und dann an die Wand bringen. Ich kann niemandem erklären, was ich fühle, während ich auf dem Kopf drehe. Ich kann das schon erklären, aber die Personen können sich das vorstellen. Aber sie werden es nie wissen, solange sie das nicht selber machen. Von daher hoffe ich auch, dass es so eine andere Ausdrucksform ist, von dem, was ich erlebe. Man und Tanze. Ja. Bis zum nächsten Mal.